Die haben den Crossbarer. Also Light Caron Caller, ne? Ich purge ihn recht auf und durch. Dass ihr den auch wirklich roterhaut. Ich geh aber... Ne, ne, der Caron Caller. Der Paul hat keine DPS. Den könnt ihr durch Clance encountern, den damage. Aber vom Caron Caller kannst du den nicht... Ich geh aber hinten auf dem Crossbarer, weil der... Ja, ja, Recon dived. Und da wie ich sah schon zuvor. Joa, okay. Da kommen wir schon hin. Recon, kannst du deinen Clance ansagen, wenn's raus ist, dass ich dann Clance? Oder wie auch immer, dass wir das ein bisschen... Ja, ich werd ihn wahrscheinlich erst brauchen, wenn ich deep geh. Ah, Bow down. Nein, nicht down. Nix down. Sarena, Sarena. Kein damage. Ist gepurcht, ist gepurcht, ist gepurcht. Doch, doch, der Kriegschaner, der Kriegschaner. Anders, weiter, weiter, weiter. Ich hab gleich, ich hab gepurcht, nicht ab. Jetzt, go, go, go. Weiter, Sarena, weiter, Sarena. Nix, der Purcht ist raus. Habe ich nicht mehr. Ich hab Purcht, Purcht ist raus. Oh, Hilma. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Weiter, Fores, weiter, Fores. Mach er hier noch. Ist gepurcht, ist gepurcht, weiter, weiter. Ich hab gleich mein E wieder ab. Und weiter, und weiter. Achtung, Cap'n? Ne, ne, wir sind Verteidiger, hat er gemeint. Ja, ja. Und hoch. Boah, Alter, ich hab alles auf dich verwenden gerade, boah, Alter. Danke, Mann. Danke. Das war sehr gut. Okay, die heilen sich ab am Zelt. Ja. Ja, der hat wieder seine Kugel rausgehauen, und dann kam Lightning Field. Hat er nicht mitgerechnet, vielleicht saft er das jetzt. Post-Shoot wie Apo? Äh, äh, ja. Alles ab Block? Ich hab keinen. Alles ab, alles ab. Sehr gut. Ich spiel mit Damage, also passt ein bisschen auch. Kein Board, okay, okay. Das ist gut. Aufnahme vergessen. Fuck. Launcher kommt hoch. Alles ab Block. Ich bin aufs Arena. Arena ist gleich gepurcht, gleich gepurcht. So, ist gepurcht. Entfiebe ist an, entfiebe ist an, weiter aufs Arena. Weetern, 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 Weetern. Weetern ist low. Weetern, 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 Weetern. Weetern, 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 Weetern. Weetern, 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 Weetern. Sehr schön. Serena. Serena. Serena geht down. Sehr gut, macht die down dann. Go, go. Nice. Der Healer ist auch low. Der Healer ist low. Ich hab keinen Perch. Nice, 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 nice. Der geht down. 1A, Leute. Komm mal zupfen, Aoi. Ja. Gib mir einen Hot, ich bleib unten für Karencall, dass wir nicht aus der Show rauskommen. Ein Hot, ein Hot. Ok, hab ich. Passt. Ich hab's schon. Ich krieg dann noch einen zweiten. Dass das schön war. Dann hab ich die Warn im Überfluss schon wieder. Einer könnte nach oben laufen. Passt auf, ich seh das viel. Ne, ich guck grad. Alles, alles gut. Wir wollen ja erstmal Bo raushauen, ne. Am Anfang immer. Ok, der Healer ist jetzt wieder da bei denen. Wir können hier unten fighten. Kommt runter die Show. Geh auch da rein, die ins Zölten haben wir hier unten fighten. Vorhin mal's gepurrt. Vorhin mal's gepurrt. Wenn ein Stunt geben ist, aber sowas von. Vorhin mal geht low. Oder mal rennt weg. Geht auf Sirena. Geht auf Sirena. Sirena. Sirena gepurrt. Also noch da. Wett in, ich zwitsch auf Wett in. Oh mein Gott! Wett in purge, Wett in purge. Wett in, Wett in, Wett in, Wett in purge. Wett in, Wett in Wett in Wett inWett. Wett in get down. Oh, Sirena. Auf, auf, auf Sirena. Nein, was? Oh, Boris. Oha, they are out of advance. Oha, they are out of advance. So low. So low. Oha, they are down. Jaaaaaa, they are down. Okay wir haben jetzt Mana, Healkasten ab. Achtet auf den Nordpunkt. Äh, Crossbow! Ein Heal-Nimmpunkt. Wer hat keinen Port ab, Jungs? Ich hab alles noch ab. Mana noch nicht ab. Wir haben der Yankilu-Focus, ich weiß nicht was die machen gerade. Ja, die Spinner mit Beam, die Trottel. Der ersten Gate hat nur geklappt, weil sie den Poil mal durchgekriegt haben. Die Kugel fliegen und dann zündet ich mein Lightning Field, also keine Ahnung, was Monjo macht. Ey, der hat keinen Purge, der hat halt Beam, das ist halt super bescheuert. Die denken halt, die wollen Beam spielen mit Polehammer, weißt du? Das könnte sein, dass jetzt alle Hunde portieren, weil ich die unten gerade alle... Ne, wir sehen das, wir sehen das, wir sehen das, alles gut. Können wir wieder unten? Ne, ne, lass den mal hochkommen. Feine Poke noch ein bisschen. Monjo hat keinen Entfiebel mehr. Jetzt können wir mal Pau'n. Vollhammer ist getorcht. Vollhammer? Ich bleibe für Viten. Ich gehe auf Viten, ich bin auf Viten, ich bin auf Viten, ich bin auf Viten. Wo? Wo? Fight weiter. Ich hab dich. Ich bin auf Serena. Ich bin auf Serena. Ich bin auf Viten da. Ich bin auf- vorails, es geht v activist. Ich bin auf auf. Wir gehen auf forward. Forrest, 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 Forrest. Ich bin auf Serena. Serena hinten, Serena hinten, Serena unten. Achtung, Zelt. Upline Nix ab. Ja, schon vorbei. Richtiger Stompf. Wollen wir hier nicht das Gebiet zurückholen von uns, oder? Wir können Retaliant machen eigentlich, ja. Ja, Counter-Attack gibt's gleich. Ja, aber müssen wir uns halt beeilen, denn danach müssen wir ziggi-zaggi rauf, so irgendwie. Die kommen nochmal. Ja, ist vorbei. Ja, die machen wir rein. Ach, healer, healer, healer. Der steht in der Ecke. Ich dachte, krieg ich nicht mehr mit Schreien. Ja, ja, du hast auch wieder mit Schreien geflossen. Ich hab die Beine, ich hab die Beine. Beine, du bist wieder voll. Weetan, weetan. Nice. Ah, den haben wir nicht geexcelt. Ja, meine Güte. Ich hab die Beine, ich hab dich jetzt nicht die Beine und dann nochmal versucht man eine Funktion. Wir nehmen sich dann noch ein paar Beine. Ich hab die Beine, 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 die Beine sind sehr gefährlich. Mensch, das wird mir ganz anhört, das ist ganz lustig. Untertitelung des ZDF, 2020